yo servus liebe leute und herzlich willkommen schön dass ihr eingeschaltet habt hier zur auslösung von meinem gewinnspiel hiermit jumping sandwich ist am freitag rausgekommen und ja wie immer habe ich dazu natürlich auch ein gewinnspiel gemacht es haben natürlich auch wieder jede menge leute mitgemacht also wir haben hier 57 kommentare ja das heißt einer von euch hat jetzt die möglichkeit das ganze hier gratis zu platinieren und ja würde ich sagen legen wir einfach direkt los ich da nehmen hier wieder den link wie immer sagt dann gehen wir wieder rüber zum random picker fügen das hier ein so dann machen wir hier wieder wie immer doppelte benutzer filtern ganz klar filtern von kommentaren sandwich so das war das wort was ihr auf jeden fall in die kommentare einbringen musstet um an dem gewinnspiel teilzunehmen aber hier noch das kleine capture das immer so schwierig ist so kommentare erhalten 54 sind wahrscheinlich wieder drei dabei die entweder das wort die wahrscheinlich das wort sandwich nicht reingebracht haben weil sie das spiel wahrscheinlich schon haben und euch wieder viel glück gewünscht haben ja also haben wir hier 54 teilnehmer für das gewinnspiel für den code und legen wir los machen wir hier auf beginn und schauen mal wer der glückliche ist und das ist julianisch julianisch ja du hast gewonnen jetzt habe ich hunger auf ein sandwich war dein kommentar du hast den code hier gewonnen für jumping sandwich ps4 version und kannst das ding jetzt hier einmal gratis platinieren ja damit du jetzt auch den code von mir hält schreibt mich doch einfach kurz irgendwo an instagram facebook twitter psn wo immer du magst ja die links dazu findest du alle in meiner kanal info ja leute dann war es das schon wieder von mir vielen lieben dank fürs mitmachen wir sehen uns beim nächsten gewinnspiel video bis dahin macht's gut und servus